Patrick Patrick, ich liebe dich so viel! Ich auch, aber ich will dich nicht als Patrick lieben. Ich will dich als Patricia lieben. Deine Lieben war ganz ein Lug? Nein, ich liebe immer noch dich. Lebst du immer noch mich? Nein! Das ist die vierte Mal, dass es zu mir passiert ist. Ich bin nicht fair! Ich bin nicht fair! Ich bin nicht fair! Ich bin nicht fair! Und ich bin nicht fair! Dieter? Was willst du hier? Ich dachte, dass du mit Patrick fahr. Du möchtest Patricia? Alles okay. Ich dachte, dass du es gewusst hast. Ja, gut. Merkst du das links. Gut. Du warst immer noch doch für mich. Ich will Patricia vergessen. Ich will mit dir sein. Willst du etwas zu trinken haben? Nein, ich will dich haben. Nein. Ich muss sie töten. Sie wünschen zu haben Rufus. Und er ist mein. Chris, du hast mich angerufen. Es tut mir leid zwischen Ivana und dir. Ich denke, dass ich dir helfen kann. Wieso? Was sollen wir tun? Wir brauchen ein Abendessen. Zwischen Ivana, Rufus, dir und mir. Wir haben kein Abendessen für eine lange Zeit. Ich habe den alto Zeit. Jetzt hab ich den Rufus aufgerissen. ensche� Frei Tag! Okay. Na das Freitag? Alles wird okay sein. Ich habe so viele Wünschen für diese Nacht. Ich weiß mich auch. Es gibt Rufus und Ivana. Ich habe Hunger. Ich auch. Ich auch. Dich. Ja. Essenzeit. Essenzeit. Essenzeit! Essenzeit! Ja. Aber Rufus ist leckerer. Unverschämtheit. Ich habe Rufus seit vier Jahre ansehen. Halt. 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 Ich hasse euch. Ich mag Patricia. Ich kann Ivana nicht. Niemand kann glücklich sein. Sterbe! Du hast die geschnappen! Du hast zu mir gelust! Nein! Du hast die schnappen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.